Hallo meine Lieben, zu einem neuen Video, mal nicht Infinite Flight, wie ihr sehen könnt, sondern AeroFly FS 2019. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video über einen neuen oder sagen wir mal ein bisschen älteren Flugsimulator, der sich aber auch in der mobilen Flugsimulatorwelt bewährt hat. Und ich werde euch jetzt heute in dieser Folge mal ein bisschen diese App erklären. Nur ein bisschen, weil ich mehr so auf das Live-Cockpit und auf die Details gehen will und weil ich noch etwas ankündigen will. Und das ist zwar ein nächstes Review, das kommende, was auch über einen anderen Flugsimulator ist, aber ich werde genaueres erläutern bei dem Flug. So, wir sind jetzt hier in der App. Wir gehen jetzt das erste Mal rechts auf Flugzeug. Dann seht ihr schon die Qualität der App und die Flugzeuge, die Vielfalt der Flugzeuge, die ihr auswählen könnt. Die App kostet 7 Franken. In Euro sind das ungefähr 5 bis 6 Euro. Aber dafür habt ihr halt einige Flugzeuge hier. Wir entscheiden uns jetzt hier für die Airbus 320 mit dem Swiss Library. Und dann gehen wir auf Startplatz. Ich habe jetzt hier schon eingetragen. Wir müssen nochmal zurück auf Navigation. Wir löschen das jetzt hier. Dann gehen wir auf Startplatz. Wir haben jetzt hier den Van Nuys Flughafen. Wir gehen jetzt hier auf die zwei grünen Abflug. Wir müssen nach Richtung Süden. Dann gehen wir auf Navigation und klicken hier Los Angeles an. Dann haben wir hier Los Angeles. Und dann nehmen wir die Runway 06 links, das Landeflugzeug. Da klicken wir einmal drauf. Und ihr seht schon, wir haben die Route eingetragen. Dann gehen wir hier oben, ganz links oben in der Ecke auf Play. Also auf dieses Pfeil zurück. Und dann gehen wir auf Start. So, dann tippen wir hier drauf und wir sind in der App, wie ihr sehen könnt. Und schon im Cockpit. Und jetzt seht euch mal diese detailgetreute, dieses Cockpit an. Übrigens, alles live, meine Lieben. Alles bedienbar. Ihr könnt jeden Knopf hier benutzen und drücken und machen. Und es ist wirklich unglaublich. Einiges funktioniert, einiges nicht. Ihr könnt aber, also zum Beispiel hier Flug den FMC, könnt ihr hier wirklich drücken. Und dann könnt ihr, aber ihr könnt halt nicht eingeben. Das ist alles schon vorprogrammiert. Es ist nicht so komplex jetzt bei X-Plane oder so. Aber hier, alles ist digital. Alles ist angezeigt. Alles läuft hier auch. Wenn ich hier drauf drücke, dann erscheint hier Wheels. Also ihr könnt hier alles angucken. Ja, es ist unglaublich. Es bewegt sich auch alles hier. Fahrwerk könnt ihr alles bedienen. Hier, den Schub. Also unglaublich. So, wir gehen jetzt nochmal kurz nach draussen. Und jetzt seht ihr auch hier, wie das Flugzeug. Auch 3D-Gebäude hat es und Gates. Aber halt, ihr könnt halt kein Catering, keine Passagiere und so. Das könnt ihr alles nicht machen. Macht aber nichts. Wie gesagt, Vor- und Nachteil hat jede App. Der Nachteil ist halt auch der Preis. Gut, 7 Franken oder 5 Euro gehen jetzt. Dafür habt ihr dann sonst keine Abo-Kosten. Und der Vorteil ist, ihr könnt diese App halt komplett offline benutzen. Ihr könnt, ja, wenn ihr mal keine Internetverbindung habt, könnt ihr trotzdem fliegen. Das heißt, einmal gekauft, immer benutzbar. Das ist schon mal ein Vorteil. Ihr habt viel die bessere Grafik für das Geld. Auch die Flugzeuge sind, ihr habt einige Flugzeuge, die ihr benutzen könnt. Wirklich so ungefähr 20 bis 30 Flugzeuge. Und, also, wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile bei dieser App. Die Nachteile sind halt, dass ihr nur Kalifornien befliegen könnt, was halt schade ist. Und, ja, da ist es auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Aber guckt euch das mal an hier. Wir werden jetzt starten, meine Lieben. Und zwar hier Schub auf voll. Ja. So, und bei 130 Nuts werden wir starten, ja. Und sobald wir das haben, werden wir auf AP1 gehen. Das werde ich euch gleich zeigen, wo der Knopf ist. Natürlich, Fahr weg, hoch fahren, ja. So, 130 Nuts. Ja gut, ich muss vorher auch hochziehen, 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 hochziehen. Ja, ich bin jetzt schon drüber gewesen. So. Jetzt werden wir AP1 aktivieren, den Autopiloten. Wir werden das Fahrwerk hochfahren. Fahrwerk ist hoch. Jetzt seht ihr nochmal hier, das Fahrwerk geht jetzt rein, sobald es drin ist. Ja. Schlossen und ist grün, ist drin. Hier werden wir auf Schub, werden wir auf Climb setzen. So, willst du jetzt hier. Ja, komm. Ja, dann muss ich das hier machen. Äh, so. Auf 60%. Machen wir ein bisschen weniger. So, okay, genau. 57. Und die Flaps natürlich hier werden wir auch auf 0 stellen. So, haha. Und jetzt werden wir hier die Geschwindigkeit auf, äh, die Höhe auf 3 setzen und hier ziehen. Ja, ziehen, damit wir das aktivieren. Und hier die Geschwindigkeit werden wir jetzt auf 200 machen, da wir ja nicht lange fliegen. So, und auch hier werden wir das aktivieren, indem wir, ah, manchmal reagiert sie, so, ziehen. Ja. Gut, wir fliegen jetzt den Plan ab, den Flugplan. Und ich werde euch jetzt heute in diesem kleinen, leichten Flug erklären, wie ihr von A nach B fliegen könnt, ähm, und wie ihr dann auch dementsprechend, äh, landet. Ja, so, ich sehe schon jetzt, wir sind schon wieder viel zu schnell, obwohl ich denn eigentlich hier jetzt da gesagt habe, dass er hier langsamer fliegen soll, aber das irgendwie nicht tut. Ja, manchmal hat, äh, das Ganze hier ein klein wenig eine Macke, äh, warum, weiß ich jetzt gerade nicht. Die Geschwindigkeit geht immer nach oben, ja, obwohl ich eigentlich die Geschwindigkeit hier im Speed eigentlich geregelt habe. Ähm, vielleicht kennt ihr das Problem, äh, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ansonsten habe ich jetzt auch den Geschwindigkeitsregler eigentlich da drin und die Geschwindigkeit müsste eigentlich jetzt auf 200 gehen. Sie geht jetzt auf jeden Fall runter und wir werden jetzt auch, wenn er dann bei 200 ist, seht ihr ja hier, werden wir die Klappen auf 2 legen, bei 2 Knoten, also bei 200 Knoten auf Stufe 2 Flaps. Das können wir auch hier oben machen, da müssen wir nicht immer nach unten gehen und das hier so machen, wenn ihr natürlich drauf steht, könnt ihr das natürlich machen, das ist natürlich auch immer lustig. So, vor allem wenn ihr es bei so einem schönen Cockpit, ähm, das hier bedienen könnt. Wir gehen jetzt mal kurz nach draußen, dann könnt ihr schon mal sehen, wie das hier aussieht, ja. Gut, die Berge hier, das ist nicht so der Hammer, das sieht ein bisschen aus wie, wie bei Infinite Flight. Aber es ist schon mal ein richtig großer Schritt und ich jetzt auch hier die Stadt, ja, da hinten. Also es ist schon mal auch das Flugzeug, das sieht viel, 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 viel besser aus als, äh, bei einen anderen Flugsimulatoren. Ähm, ich werde auch demnächst, ich muss mich jetzt hier kurz konzentrieren, damit wir die Landung sauber hinkriegen. Ja, ich bin auch schon ein paar Mal, äh, hat es nicht funktioniert, ja, Anfangsschwierigkeiten sagt man dem. So, wir werden heute mit ILS landen, ähm, wir werden jetzt mal hier das, das LS-System werden wir jetzt mal aktivieren, ja. Dann erscheint hier unten eine magentafarbene, äh, die Frequenz und wie lange wir noch davon entfernt sind. Und sobald hier auf diesem Display das magentafarbene Dreieck in die Mitte kommt, in den Localizer, ja, dann sind wir ausgerichtet, dann können wir den Approach-Knopf drücken, ja. Wir werden jetzt hier jetzt aber nochmal auf sinken auf 2000 Fuß, das aktivieren, weil das ist dann unsere Endhöhe, ja. Ja, die Geschwindigkeit werden wir selbstverständlich auch nochmal reduzieren auf 180 und werden die Klappen auf 2 setzen. Seht ihr, die Klappen haben sich jetzt auf 2 gesetzt, die Flaps, ja, so. So, und wir drehen uns jetzt ein und jetzt müsste eigentlich der magentafarbene Pfeil, müsste eigentlich, ähm, bald in die Mitte kommen. Ja, und jetzt seht ihr, er wandert, er wandert, er wandert, er geht nach links, er geht nach links, er wandert, er wandert, bis zum gelben Strich. Und sobald er im gelben Strich ist, könnt ihr, äh, er wandert, er wandert immer noch, er wandert, bald ausgerichtet, könnt ihr den Approach-Knopf drücken. So, wir werden jetzt mit der Geschwindigkeit noch ein bisschen runter auf 150, circa unsere Landegeschwindigkeit. So, und wie sieht es jetzt hier aus? Wir sind ausgerichtet, wir betätigen jetzt den APP-Knopf, so, aktiviert, ja. Das heisst, er holt sich jetzt, er ist jetzt in der Range und jetzt seht ihr, sobald dieser Stern, dieser hier, der Diamant, der Magenta-Diamant, wenn der auf der Höhe ist, wo jetzt gerade, äh, 1980 steht, sobald er da ist, hat er das Signal, fängt er das Signal 1 ein mit dem Localizer und das ILS-Signal zieht uns dann nach unten. Wir werden jetzt noch die Flaps auf Full stellen. Und, erst hat es eingefangen und wir müssen jetzt eigentlich nach ILS fliegen, ja, meine Lieben. Wir fliegen jetzt nach ILS. So, wir werden jetzt eigentlich nach unten gezogen. Genau, und der Flug ist natürlich jetzt völlig, die Landung, er folgt jetzt selbstverständlich völlig auf automatisiert. So, wir werden jetzt hier die Auto-Breaks auf Medium stellen, ja. Maximum eigentlich, aber da funktioniert es irgendwie nicht. Also, werden wir jetzt auf Medium stellen, jetzt ist hier markiert, Medium. Ja, die, äh, was haben wir noch zu tun? Hier die, äh, Speed-Breaks werden wir auf Full setzen. Ja, und jetzt werden wir die Landung genießen, meine Lieben. Ihr seht schon, wir werden sinken. Wir sind jetzt bei 150 Knoten. Wir werden so bei, ähm, bei drei nautischen, zweieinhalb nautischen Meilen, werden wir, ähm, das dann nochmal verringern auf 140, circa, ja. Und ihr seht schon, richtig schön, schöne Landung wird das, ja. Bisschen schräg sind wir gerade, oder irre ich mich da? Gut, ähm, so. So, jetzt werden wir die Geschwindigkeit noch auf 140 reduzieren. So. Und jetzt können wir eigentlich getrost landen. Wir werden ja jetzt mit ILS fliegen. Genau. Wir sind schön im ILS-Mode drin. Ja, schade, hat es kein Ton, das liegt wahrscheinlich am Screen Recorder. Ich habe das vorhin schon ein bisschen getestet, das funktioniert nicht. Es gibt leider keinen Ton. Es hat aber natürlich selbstverständlich Ton, aber jetzt, wenn ich das aufnehme hier über Screen Recorder, hat es leider keinen Ton. Das ist nämlich auch noch was zu, was ich, äh, halt sehr schön finde. Jetzt hast du den Master Caution. Das heißt, der Autopilot ist jetzt aus, glaube ich, ne? Oder, ne? Ah, fuck, das Fahrwerk. Das Fahrwerk, meine Lieben. Ich habe das Fahrwerk vergessen. Scheiße. Oh mein Gott, ich hätte fast einen Crash hingelegt. Ja. Ah. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Das Fahrwerk, meine Lieben, ist das Wichtigste, ne? So. Und wir sind gelandet. Speedbrakes nach, ähm, Schub nach hinten. Ah. Wir können uns die Landung natürlich dann auch noch anschauen. So. Oh, gelandet. Parkingbrakes machen wir jetzt ein. So. Und wir schauen uns jetzt noch mal das Ganze von der Landung an. Und zwar aus der Perspektive hier. Ja. Ihr seht schon, ziemlich spät die Fahrwerke ausgefahren. Das war halt die Warnung, die ich gerade bekommen habe. Jawohl. So. Eine Traumlandung. Ihr seht schon auch die Flügel, ne? Die Flügel bewegen sich. Die haben jetzt so gewackelt. Das ist, äh, auch sehr, sehr schön anzusehen. Ja. Ja, das war's, meine Lieben. Die Vorstellung von AeroFlight 2019. Ein kleiner Einblick in die App. Wenn ihr Interesse an der App habt, ähm, ja, auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr davon von der, ähm, von diesem Flugsimulator? Gefällt er euch? Ähm, was sind die Vorschläge? Was könnte man noch verbessern? Für mich auf jeden Fall ein Traumcockpit, meine Lieben. Wirklich ohne Witz. Hier könnt ihr alles drücken, aktivieren. Das ist einfach unglaublich, was ihr hier machen könnt. Äh, und wie das einfach auch aussieht für eine mobile App. Also, ich bin hin und weg. Das muss ich echt zugeben. Ähm. Ähm, noch eine kleine Info. Ich werde die Tage, oder sobald die App raus ist, ähm, die heisst RFX. Das ist ein neuer Flugsimulator der ComWert, der auch noch sehr interessant aussieht. Ähm, ich werde euch dann noch eine genauere Info dazugeben, ähm, über diese App. Und, ja, werde auf jeden Fall ein Tutorial machen. Und wenn ihr wünscht, kann ich gerne noch ein Tutorial über diese App machen. Ähm, ansonsten war es das eigentlich von AeroFlight 2019. Ähm. Für mich ist es ein gutes Spiel, ähm, ein guter Flugsimulator, ähm, mit halt Verbesserungsvorschlägen, die halt da wären, ähm, das, der Flugradius nicht nur auf Kalifornien zu beschränken, sondern ein globales System zu machen mit halt Gates. Und, äh, ja, ein bisschen komplexer alles. Ich meine, es ist im Endeffekt schon komplex genug, aber man könnte da noch echt ein bisschen mehr machen, trotz allem, ne. Aber, das Live und die Grafik ist auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gelungen. Und ich würde mir wünschen, da, dass da noch einiges kommt, denn die haben an der App ja noch nicht so viel verändert, ja. Aber ich bin gespannt und ich bin auch auch gespannt auf den neuen Flugsimulator, wie gesagt, den RFX, der im, denke ich mal, im Sommer, vielleicht auch Herbst, mal schauen, wie lange sie noch brauchen, äh, kommen wird. Und, äh, seid gespannt, meine Lieben, ja, denn ich glaube, meine Vermutung ist es, dass, äh, der RFX eventuell Infinite Flight ablösen könnte. Jetzt nicht grafisch, aber auf jeden Fall mit den, äh, Funktionen und Optionen in dieser App, was man mit diesem Flugsimulator machen kann. Aber genaueres dann, wenn er dann draußen ist. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, genießt die Sonne und schreibt in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wie immer, meine Lieben, und, ähm, ja, bis bald. Tschüss.